Heute gibt es richtig was zum Feiern, denn heute vor genau 5 Jahren habe ich mein allererstes YouTube Video auf diesem Kanal veröffentlicht und habe ab diesem Zeitpunkt aktiv Content auf YouTube hochgeladen. Was anfangs irgendwelche langweilige Amateur-of-the-Gaming-Fakten und Witze-Videos waren, sind heute weniger langweilige und etwas professionelle Videos rund um das Thema Fußball geworden. Da ihr vor kurzem sogar die 5000 Abonnenten voll gemacht habt und mein Kanal gleichzeitig 5-jähriges Jubiläum feiert, gibt es von mir etwas ganz Spezielles. Ich habe mich dazu entschlossen, jede einzige europäische Männer-Fußball-Nationalmannschaft zu ranken. Und wenn ich alle meine, meine ich wirklich alle. Jedes europäische Land, das jemals eine eigene Fußball-Nationalmannschaft hatte, die entweder einmal Mitglied der UEFA oder FIFA waren, sind hier auf der Liste. Insgesamt 60 verschiedene Nationalmannschaften habe ich gefunden und werde sie alle von unten nach oben ranken. Vom schlechtesten zum besten. Bevor wir das machen, gibt es einige Disclaimer. In diesem Video wird nicht die Prime der Nationalmannschaften gerankt oder wie gut sie aktuell sind, sondern ich ranke die National Teams nach dem, was sie in der Geschichte des Fußballs, also bei WM, EMs geleistet haben. Ich habe mir sogar tatsächlich die Mühe gemacht, so eine Tabelle mit einem Punktesystem anzufertigen, wo ich jede einzelne Aktion, Erfolg und Sieg von jeder einzelnen Nationalmannschaft bewerte. Ich habe mir jede einzelne Turnier-Europameisterschaft, jede Weltmeisterschaft, jede Quali-Runde angeguckt und habe nach einem bestimmten Vorgang Punkte vergeben. Also kommt mir bitte nicht damit, dass ich keine Ahnung habe oder hier nach Sympathie ranken werde. Zu Beginn dieses Videos habe ich gesagt, dass ich jedes einzelne europäische Land ranken werde. Allerdings muss ich hier noch etwas klarstellen. Länder, die heute nicht mehr existieren, wie beispielsweise Jugoslawien, die Sowjetunion oder die Tschechoslowakei, sind zwar in diesem Video dabei, jedoch aber zusammen mit den rechtmäßigen Nachfolgestaaten. Also die Erfolge der jugoslawischen oder serbisch-motiv-gräschischen Nationalmannschaft werden Serbien zugeschrieben. Oder die Erfolge der Sowjetunion den Russen. Der Grund, warum ich das so gemacht habe, ist das dadurch, dass die Recherche mancher Länder erleichtert wird. Denn bei manchen Webseiten wird nicht ganz klar gemacht, ob es hier um das Original oder um das Nachfolgestaat geht. Auch würde ich mich beim Ranken von einigen Ländern erschweren, die entweder nur zwei, drei Jahre gegeben hat oder gerade frisch neu gegründet wurden. Länder wie Serbien, Tschechien oder Russland würden unmöglich zu ranken sein. Ehemalige Länder, wo die Regeln nicht existiert, sind Länder, die für eine längere Zeit geteilt waren und heute wieder ein ganzes Land sind. Beispielsweise Saarland, die DDR und Westdeutschland. Da alle drei Nationalmannschaften gleichzeitig aktiv waren, wäre es ziemlich ungerecht gegenüber den anderen Teams gewesen, wenn ich alle Erfolge der BRD, der DDR und des Saarlandes der deutschen Nationalmannschaft überschrieben hätte. Auch wenn das Video um europäische Länder handelt, muss das Land nicht unbedingt auf dem europäischen Kontinent liegen, sondern die wichtigste Voraussetzung ist, dass man vollwertiges Mitglied der UEFA ist. Sonstige wichtige Informationen wären, dass es hier nur um die Nationalelf der Männer geht und nicht der Frauen oder der Jugendnationalmannschaften. Es geht hier auch nicht um die Sympathie oder wie sehr man ein Land mag, sondern alles sollte man leistungsgerecht erklärt werden können. Dieses Video widerspiegelt nur meine persönliche Meinung. Wenn ihr eine andere habt, ist gut, ist ganz normal, ist vernünftig. Aber schreibt die gerne in die Kommentare, ohne dumm gehetzt zu werden. Abonniert gerne meinen Kanal, drückt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen und jetzt wollen wir endlich mal mit dem Video beginnen. Heute mit den Plätzen 60 bis 41. Platz 60, Jersey. So, ich habe eigentlich nur 59 Nationalmannschaften gefunden und habe Anfang dieses Video gesagt, dass hier nur Länder auftauchen, die entweder Mitglied der UEFA sind oder waren. Allerdings mache ich bei den Jersey-Inseln eine kleine Ausnahme und um damit wir am Ende keine 59 Nationalmannschaften haben, sondern 60. Und diese Zahl ist hübscher. Die Jersey-Inseln ist eine kleine Insel im Ärmelkanal zwischen Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Die Jersey gehören genauso wie die anderen Kanalinseln nicht zum Vereinigten Königreich, Großbritannien und Nordirland, sondern sind gesonderte Rechtssubjekte. Der Grund, warum ich die Jersey-Inseln anstelle von beispielsweise Grönland, Grand City, Katalonien, Nordzypern und oder dem Baskenland genommen habe, ist, dass die Jersey-Inseln von allen eben genannten am nächsten einem UEFA-Beitritt entfernt war. Denn im September 2017 gab es eine Abstimmung, die Jersey-Inseln in UEFA aufzunehmen. Jedoch haben die Inseln nicht alle Aufnahmekriterien erfüllt und 49 von 50 Delegierten haben gegen einen Beitritt der Inseln gestürmt. Keiner war dafür, nur die Faroe-Inseln haben sich enthalten. Heute sind die Jersey-Inseln Mitglied der Konifa, ein Dachverband für Nicht-FIFA-Mitglieder oder Minderheiten und Völker. In der Geschichte der Jersey-Inseln gewann sie insgesamt 54 Mal den Murati Vars Cup, ein Pokalwettbewerb für Kanalinseln und zwischen 1993 bis 2009 gewann sie die Inselspiele. Platz 59, 58, Böhmen, Böhmen und Meeren Auf dem 59. und 58. Platz habe ich gleich zwei verschiedene Nationalmannschaften, wo es sich nicht lohnen würde, sie einzeln zu übersprechen. Einmal hätten wir die Nationalmannschaft von Böhmen und die Nationalmannschaft von Böhmen und Meeren. Beginnen wir erstmal mit der Fußballauswahl der Böhmen. Die böhmische Fußball-Nationalmannschaft war zwischen 1906 bis 1908 Mitglied des Weltfußballverband FIFA und absolvierte insgesamt sechs Länderspiele, wovon man aber nur eins gewinnen konnte. Da Böhmen zu der Zeit politisch zu Ungarn gehörte, fühlte sich das Vierte Völkerstaat, also Österreich-Ungarn, seine Existenz bedroht und der österreichische Fußballverband ließ Böhmen 1908 außer FIFA ausschließen. Kommen wir jetzt zu Böhmen und Meeren. Das Protektoriat Böhmen und Meeren war eine formal autonome Verwaltungseinheit auf dem Gebiet der Tschechoslowakei und unter nationalsozialistischer Herrschaft. Genauso auch wie Böhmen hatte auch das Protektoriat Böhmen und Meeren eine eigene Fußball-Nationalmannschaft, die 1939 Mitglied bei der FIFA war. In dieser Zeit konnte Böhmen und Meeren insgesamt drei offizielle Länderspiele absolvieren, wo man sogar eins davon 7 zu 3 gegen Jugoslawien gewann. Der bekannteste böhmisch-meerische Fußball-Nationalspieler war der österreichische Tscheche und Top 2 All-Time-Rekord-Torjäger Josef Bitschan. Platz 57, San Marino Auf den 57. Platz habe ich die Fußball-Nationalmannschaft der Republik San Marino. Die sanmarinische Fußball-Nationalmannschaft ist seit 1988 Mitglied sowohl bei der UEFA als auch seit 1990 Mitglied der FIFA. Am 14. November 1990 absolvierte die Nationalmannschaft von San Marino gegen die Schweiz ihr allererstes offizielle Länderspiel, was sie leider mit einem 4 zu 0 verloren haben. Den allerersten Länderspiel-Sieg holten die Blau-Weißen erst Jahre später, als sie am 28. April 2004 in einem Freundschaftsspiel die lichtensteinische Nationalelf mit 1 zu 0 besiegten konnten. Nach diesem Erfolgserlebnis konnten die Blau-Weißen Fußballzwerge kein einziges offizielle Länderspiel mehr gewinnen. Die Bilanz von San Marino sieht wie folgt aus. In 182 offiziellen Länderspielen ein Sieg, 6 Unentschieden und 175 Niederlagen. Darunter eine 10 zu 0 Klatsche gegen England, eine 0 zu 10 Klatsche gegen Kroatien und eine deftige 0 zu 13 Klatsche gegen Deutschland. Nicht ohne Grund gilt die Fußball-Nationalmannschaft von der Republik San Marino nicht nur als die schlechteste Nationalelf Europas, sondern laut der FIFA Coca-Cola Weltrangliste auch die schlechteste auf der ganzen weiten Welt. Auch wenn San Marino die vielleicht schlechteste Fußball-Nationalmannschaft der Welt ist, kann ich gegenüber San Marino auch ein paar positive Sachen aufzählen. Zum Beispiel schoss der sanmarinische Fußballspieler Davide Gualteri am 17. November 1993 bei einem WM-Qualifikationsspiel gegen England 8,3 Sekunden nach Anpfiff ein Tor und hält somit den Rekord für das schnellste Tor bei einem WM-Qualifikationsspiel. Auch holte San Marino immerhin mal ein Unentschieden gegen die Türkei raus und waren bei der FIFA Weltrangliste in den glaube ich 90ern besser platziert als den heute amtierenden Vizeweltmeister Kroatien. Platz 56 Saarland Jetzt werden sich viele wundern, was das Saarland? Das hatte eine eigene Nationalmannschaft? Das Saarland war nach dem 2. Weltkrieg ein Teilgebiet der französischen Besatzungszone und galt sozusagen als ein autonomes, eigenständiges Land, bis es 1956 wieder an der Bundesrepublik Deutschland angegliedert wurde. Zwischen 1950 bis 1956 hatte das Saarland eine eigene Liga, einen eigenen Verband und eine eigene Fußballauswahl, die damals nicht nur Mitglied in der UEFA, sondern auch Mitglied in der FIFA waren. In insgesamt 19 offiziellen Länderspielen gewann das Saarland etwa 6 Spiele und bei 3 dritte man sich mit einem Unentschieden. Jedoch muss man hier bedenken, dass das Saarland größtenteils gegen Jugendnationalmannschaften gespielt hat und nicht gegen Herrennationalmannschaften. Wenn man sich die Spiele gegen A-Nationalmannschaften anguckt, gewann das Saarland nur ein einziges Spiel gegen Norwegen. Platz 55 Gibraltar Auf den 55. Platz habe ich die Fußballnationalmannschaft von Gibraltar. Gibraltar ist ein britisches Überseegebiet an der Südspitze der ibirischen Halbinsel. Obwohl Gibraltar nur 6,5 Quadratkilometer groß ist und eigentlich zum Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland gehört, ist die Gibraltarische Football Association Mitglied sowohl bei der UEFA als auch Mitglied in der FIFA. Auch wenn der Gibraltarische Fußballverband 1895 gegründet wurde und damit zu den ältesten Verbänden der Welt gehört, wurde Gibraltar erst 2013 Mitglied in der UEFA und erst 2016 vollwertiges Mitglied in der FIFA. Die Gibraltarische Fußballnationalmannschaft absolvierte insgesamt 63 offizielle Länderspiele und gewann davon nur 6. In der ewigen Tabelle der Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft und für die Fußball-Weltmeisterschaft stehen sie auf den letzten Platz. Auf der FIFA Coca-Cola Weltrangliste steht die kleine Halbinsel auf den unteren Plätzen. Nur in der UEFA Nations League läuft es für Gibraltar nicht so ganz schlecht. Dort ist man letzte Nations League Saison in der Liga C aufgestiegen und steht in der All-Time-Tabelle auf den sechsten Rang. Platz 54 Andorra Auf dem 54. Platz habe ich Andorra, die geografisch zwischen Frankreich und Spanien liegt. Die andorianische Fußball-Nationalenschaft ist genauso wie ihr Land ein kleiner Zwerg. Seitdem sie in den 90er Jahren Mitglied in der UEFA wurden, wurde Andorra in jeder EM-Qualifikationsrunde fast immer letzter. In 186 offiziellen gespielten Länderspiele holt Andorra insgesamt 154 Niederlagen, 23 unentschieden und 9 Siege. Auch wenn Andorra zu den schlechtesten Nationalmannschaften der Welt gilt, hatten sie 2017 eine sehr gute Zeit. Prime Andorra verlor bis Beginn des Jahres 2017 bis August 2017 kein einziges Länderspiel. Am 25. März spielte man einen Unentschieden gegen die Föreur-Inseln und direkt danach gewammernd überraschend gegen Ungarn 1 zu 0 während eines WM-Qualifikationsgruppenspiel. Die Serie von drei ungeschlagenen Länderspiele am Stück reiste jedoch am 16. März 2017, als man in einem Freundschaftsspiel gegen Katar nur 1 zu 0 verlor. Platz 53, Lichtenstein Auf dem 53. Platz habe ich das deutschsprachige Fürstentum Lichtenstein. Lichtenstein ist ein kleines Land, das zwischen Österreich und der Schweiz liegt. Lichtenstein ist erst seit kurzer Zeit Mitglied in der FIFA und hat seit den Qualifikationsspielen zur UEFA Euro 1996 an jeder Qualifikationsserie teilgenommen. Am 14. Oktober 1998 gelang es ihnen den ersten Sieg in einer Qualifikationskampagne, nachdem sie in einem Qualifikationsspiel zur Euro 2000 mit 2 zu 1 gegen Aserbaidschan gewonnen haben. Aber den größten Gegner, den das Fürstentum mal schlagen konnte, war am 30. April 2003 die Fußball-Nationalmannschaft Saudi-Arabiens in einem Freundschaftsspiel 1 zu 0. Die höchste Niederlage kassierte man gegen Nordmazedonien 1 zu 11 im Jahr 1996. Den höchsten Sieg holte man gegen Luxemburg 4 zu 0. Platz 52. Kosovo Der Kosovo ist eine Republik und liegt westlich auf der Balkanhalbinsel. Bis zur Unabhängigkeitserklärung 2008 war der Kosovo zwischen 1945 bis 1996 Teil von Jugoslawien, danach bis 2006 Teil von Serbien und Montenegro und danach ein Teilgebiet von Serbien. Ob der Kosovo ein eigenständiger Staat ist oder ob es noch zu Serbien gehört, ist sehr umstritten. 115 von 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erkennen Kosovo als eigenständiges Land an. Darunter auch die USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Länder, die den Kosovo nicht als eigenständigen Staat anerkannt haben, sind beispielsweise Länder wie Serbien, China, Russland und Spanien. Auch wenn der Status vom Kosovo als Land weiterhin umstritten ist, ist die Anerkennung der kosovarischen Fußballnationalmannschaft klar. Trotz einiger Beschwerden seitens Serbiens wurde der Kosovo 2016 sowohl in der UEFA und ein paar Tage später zusammen mit Gibraltar Mitglied bei der FIFA. Obwohl der Kosovo noch ein sehr junges Mitglied ist, hat die Nationalmannschaft sich schnell entwickelt. In der ersten UEFA Nations League Saison 2018 wurde das Land zusammen mit Aserbaidschan, Ferre und Malta in die Liga D zugeteilt. Nachdem die Kosovaren die Gruppe ungeschlagen auf Platz 1 überstanden haben, durfte das Land in den Nations League Playoffs Runden teilnehmen und auf ein EM-Ticket hoffen. Jedoch war der EM-Traum schnell vorbei, als man direkt im Halbfinale gegen Nordmazedonien ausschied. Platz 51 Malta Die Republik Malta ist ein kleiner europäischer Inselstaat und liegt unterhalb Siziliens im Mittelmeer. Gegründet wurde der Maltesische Fußballverband im Jahre 1900 und gehört somit zu den ältesten Verbänden in ganz Europa. Im Jahr 1959 wurde Malta vollwertiges Mitglied in der FIFA und trug 1972 erstmals WM-Qualifikationsspiele aus. Obwohl Malta regelmäßig an Qualifikationsspielen teilnahm, konnte sich der kleine Zwerg noch nie für ein großes Turnier begeistern. Auch wartete die Fußballauswahl von Malta lange auf einen Sieg in einem Pflichtspiel und bekam diesen erst am 7. Juni 2013, nachdem sie Armenien auswärts mit 1 zu 0 schlagen konnten. Besser lief es für Malta in den Qualifikationsspielen für die Europameisterschaft. Die Malteser konnten sich zwar noch nie für sowas qualifizieren, holten aber durch ein 2 zu 0 Sieg über Griechenland am 23. Februar 1975 ihr allerersten Länderspielsieg in einer EM-Qualifikation. Und auch überraschend während einer EM-Qualifikation schlagen, konnte Malta 2006 Ungarn mit 2 zu 1. In 411 offiziellen Länderspielen gab es für Malta insgesamt 288 Niederlagen, 71 Unentschieden und 52 Siege. Der höchste Sieg war ein 7 zu 1 Heimerfolg 2008 gegen Liechtenstein und die höchste Niederlage war ein 12 zu 1 gegen Spanien 1983. Platz 50, Republik Moldau Die Republik Moldau, auch bekannt unter dem Namen Moldawien, ist ein südeuropäischer Binnenstaat, der nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 eigenständig wurde. Ein Jahr später, 1992, wurde das Land Mitglied sowohl in der UEFA und in der FIFA. Seit 1996 nimmt Moldau regelmäßig an Qualifikationsturniere für EM und WM teil und konnte sich allerdings noch nie dafür qualifizieren. In der FIFA-Weltangliste erreichte Moldawien im September 2007 mit Rang 52 die bisher beste Platzierung. Heute aber steht das Land auf den 181. Platz, ihre bisher schlechteste Platzierung in ihrer Geschichte. In fast 52 offiziellen Länderspielen gab es für die Republik Moldau insgesamt 49 Siege, 58 Unentschieden und 152 Niederlagen. Den höchsten Sieg in ihrer Landesgeschichte konnte man 1992 gegen Pakistan einfahren. Die höchste Niederlage gegen Dänemark 2021. Platz 42, Ferö Die Ferö oder die Ferö-Inseln, die übersetzt Schafsinsel heißt, ist ein autonomer Bestandteil des Königreichs Dänemark und liegt in der Nordsee nördlich von Schottland. Obwohl die Ferö-Inseln kein souveränes Land ist, haben die verringert seit 1979 eine eigene Nationalmannschaft. 1988 wurde die Insel Mitglied in der FIFA und 1990 Mitglied in der UEFA. Am 12. September 1990 sorgte die Nationalmannschaft der Ferö-Inseln für Aufsehen, als sie zur EM-Qualifikation Österreich auf neutralem Boden in Landskroner Schweden mit 1 zu 0 besiegte. Wo die Ferö-Inseln auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben, war bei der Qualifikationsspiele der EM 2016. Man konnte sich zwar nicht für dieses Turnier qualifizieren, dafür besiegte man den Europameister von 2004 Griechenland gleich zweimal. Einmal mit 1 zu 0, einmal mit 2 zu 1 und scheuerte damit Griechenland auf den letzten Platz. In der ewigen Tabelle der Nations League D stehen die Ferö-Inseln auf den ersten Platz und spielen nächstes Jahr auch in der Liga C. In 219 offiziellen Länderspielen gab es für die Schafsinsel insgesamt 161 Niederlagen, 26 Unentschieden und 32 Siege. Der höchste Sieg in der Feröischen Geschichte war ein 6 zu 1 Heimsieg gegen Lichtenstein. Die höchste Niederlage war ein 7 zu 0 und ein 1 zu 8 gegen mehrere verschiedene Nationen. Platz 48 Kasachstan Der Kasachstan ist ein 2,7 Millionen Quadratkilometer großer Binnenstaat in Zentralasien. Bis zum Zerfall der UdSSR Anfang der 90er wurde Kasachstan am 16. Dezember 1919 unabhängig und sie trennten sich gleichzeitig vom sowjetischen Fußballverband und gründeten ihren eigenen. Die kasachstanische Fußballnationalmannschaft wurde zu Beginn Mitglied des AFC, also dem asiatischen Kontinentalverband und gehörte neben Usbekistan zu den besten in ganz Zentralasien. Da bei der Fußball in Kasachstan immer stets besser wurde, wollten sie mehr. Sie wollten in einen viel professionelleren Kontinentalverband und weil Kasachstan als transkontinentales Land, wie Russland, Georgien und die Türkei auf beiden Kontinenten liegt, trat der Kasachstanische Fußballverband und deren zugehörigen Nationalmannschaft 2002 der UE vorbei. In etwa knapp 200 offiziellen Länderspielen verlor Kasachstan insgesamt 116 Mal. 49 Mal holte man zumindest einen Unentschieden raus und 48 Mal konnte man gewinnen. Die höchste Niederlage war ein 8 zu 0 gegen Frankreich 2021 und der höchste Sieg war ein 0 zu 7 gegen Pakistan 1997. Platz 47 Aserbaidschan Wenn wir schon bei zwei ehemaligen Sowjetrepubliken waren, gehen wir zu einem Dritten, den Aserbaidschan. Der Aserbaidschan amtlich Republik Aserbaidschan ist ein Staat in Vorderasien im Kaukakos und gehörte bis zum Zerfall des Eisernen Vorhangs zur Sowjetunion. Nachdem Aserbaidschan 1991 seine Unabhängigkeit erlangt hatte, wurde der Aserbaidschanische Fußballverband gegründet und wurde paar Jahre später 1994 von der FIFA und der UEFA offiziell aufgenommen. Ihre ersten Pflichtspiele bestritt Aserbaidschan im Rahmen der Qualifikation zur Euro 1996 und beendete diese mit nur einem Punkt auf den letzten Platz. Aus Sicherheitsgründen wurden alle Heimspiele Aserbaidschan nicht im eigenen Land, sondern in Tradsonsport Türkei ausgetragen. Aserbaidschan konnte zwar paar etwas größere Fußballnationen wie die Schweiz, die Slowakei, Serbien, Montenegro und die Türkei überraschend mal bezwingen, aber trotzdem konnte das Land im Kaukakos niemals ernsthaft für eine WM oder EM qualifizieren und war eher ein Team, die regelmäßig die unteren Gruppenplätze belegte. Die Bilanz von Aserbaidschan seit 268 offiziellen Länderspielen sind 49 Siege, 72 Remis und 147 Niederlagen. Den höchsten Sieg holte man in Juni durch ein 4 zu 0 Heimerfolg gegen das Fürstentum Lichtenstein. Und die höchste Niederlage kassierte man am 6. September 1999, als man auswärts gegen Frankreich 10 zu 0 verlor. Platz 46 Belarus Die Republik Belarus, auch Weißrussland genannt, ist ein osteuropäischer Binnenstaat, der genauso wie Kasachstan früher zur Sowjetunion gehörte. Durch die Auflösung der UdSSR 1991 wurde die weißrussische sozialistische Sowjetrepublik unabhängig und gilt bis heute als letzte Diktatur Europas. Auch dieses Land hat seit Dezember 1989 eine eigene Fußballratsnahmerschaft, die aber erst nach ihrer Selbstständigkeit 1992 von der UEFA und vom Weltfußballverband FIFA anerkannt wurde. Zu Beginn konnte Belarus keine bedeutenden Erfolge erlangen und scheiterte häufig in den Qualifikationsrunden kläglich. Unter deren damaligen Trainer Eduard Malofejev 2002 in den WM-Quali-Runden kam Belarus fast in die Playoffs, um sich für die Weltmeisterschaft 2002 in Japan, Südkorea zu qualifizieren. Am letzten Gruppenspieltag wurde man aber von Rails besiegt und man verpasste die Chance, die Ukraine zu überholen. Am Ende stande Belarus auf den dritten Gruppenplatz und hat die Chance verpasst, sich über die Playoffrunden das erste Mal für eine WM zu begeistern. Bis heute konnte Weißrussland sich weder für eine WM oder EM qualifizieren. In 261 offiziellen Länderspielen hat Belarus 119 davon verloren, 65 spielte man unentschieden und 77 Spiele konnte man gewinnen. Die höchste Niederlage in der Geschichte war ein 8 zu 0 im März letzten Jahres gegen Belgien. Der höchste Sieg holte man gegen Litauen, San Marino und Tatschikistan. In der FIFA Coca-Cola Weltrangliste steht Weißrussland auf den 94. Platz. Der höchste jemals erreichte war der 36. im Februar 2011 und der niedrigste erreichte man im März 1994, als man 142. wurde. Platz 45 Estland Das mit den ehemaligen Sowjetrepubliken hört nicht mehr auf, denn auf den 45. Platz habe ich Estland. Die Republik Estland ist ein Staat im Baltikum und gehört wie eben mit den anderen aufgelisteten Nationalmannschaften bis zum Zerfall Anfang der 1990er Jahre zur Sowjetunion. Die estnische Fußball-Nationalmannschaft absolvierte ihr erstes Länderspiel im Jahre 1920. Jedoch wurde das Land 1940 von der Sowjetunion besetzt, verlor die Unabhängigkeit und damit die Möglichkeit auf eine eigene Nationalelf. Nach Wiedergewinnung der Unabhängigkeit 1991 bestritt die Nationalmannschaft ihr erstes Spiel gegen Litauen im Baltic Cup. Ihr erstes von der FIFA anerkanntes Länderspiel absolvierten die Esten am 3. Juni 1992 gegen Slowenien, das 1 zu 1 unentschieden endete. Bis heute aber konnte sich Estland weder für eine EM noch für eine WM qualifizieren. Im September 2011 erreichte Estland mit Platz 58 die bisher beste Platzierung in der FIFA-Weltrangliste. In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2012 in Polen und Ukraine erreichte Estland als Gruppenzweiter die Relegationsspiele. Leider scheidete man aber 0 zu 4 gegen die Republik Irland. Platz 44 Zypern Dieses Mal keine ehemalige Sowjetrepublik, sondern dieses Mal eine Mittelmeerinsel namens Zypern. Die Insel ist seit 1974 de facto geteilt. Einmal gibt es die Türkische Republik Nordzypern, die zu der Türkei gehört. Dann gibt es noch die Republik Zypern, die zwar zu Griechenland gehört, aber größtenteils eigenständig ist. Und es gibt noch einen ganz kleinen Teil, der von den Briten als Militärbasis genutzt wird. Aber über die Region, worüber wir jetzt sprechen, ist die griechische Republik Zypern. Republik Zypern gehört zwar geografisch zum asiatischen Kontinent, aber weil das Land politisch, kulturell und auch sportlich gesehen zu Europa zählt, darf die zyprische Nationalmannschaft neben der Mitgliedschaft der FIFA auch Mitglied in der UEFA sein. Am 23. November 1960, nach der Unabhängigkeit von Großbritannien, spielte Republik Zypern das erste offizielle Länderspiel. Im Rahmen der Qualifikation zur WM 1962 traf man den Nicosia auf Israel und man trennte sich 1 zu 1 unentschieden. Wie schon mal erwähnt, folgte im Jahr 1962 die Mitgliedschaft in der UEFA und im folgenden Jahr gelang es der Insel den ersten Sieg. Ein 3 zu 1 gegen Griechenland. So krass erfolgreich war die Nationalelf von der Republik Zypern nie. Man bezwang mal ab und zu mal größere Gegner, aber für eine EM oder gar WM konnte man sich noch nie qualifizieren. Die höchste Platzierung in der FIFA Weltrangliste erreichte man im September 2010 auf den 43. Platz. Die niedrigsten holte man im Sommer 2014 mit Platz 142. In fast 400 offiziellen Länderspielen verlor Zypern davon 250 Stück. 63 Mal spielte man unentschieden und nur 77 Mal konnte man überhaupt gewinnen. Platz 43. Armenien Kurz haben wir erstmal Hoffnung gehabt, dass erstmal keine ehemaligen Sowjetrepubliken kommen. Aber da haben wir uns getäuscht, denn die letzten drei Plätze für den ersten Teil, also für dieses Video, sind alle drei Gesamt-Sowjetrepubliken. Beginnen wir aber erstmal mit Armenien. Die Republik Armenien ist ein kleiner Binnenstaat im Kaukakus. Nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion wurde Armenien 1991 unabhängig. Am 18. Januar 1992 gründete man den Armenischen Fußballverband, der im selben Jahr Mitglied in der FIFA und ein Jahr später Mitglied in der UEFA wurde. Ab dem Zeitpunkt nahm Armenien regelmäßig an Qualifikationsspielen für größere Turniere teil, konnte sich aber jedoch nie für eine WM oder EM qualifizieren. Das beste Jahr für Armenien war 2020-21. Das Land nahm an der Qualifikation für die WM 2022 im Katar teil und galt als schwächstes Team in der Gruppe. Armenien startet mit einem schwierigen 1-0-Auswärtssieg gegen Lichtenstein und hinterließ eher einen schwachen Eindruck. Danach besiegt das Land im Kaukasus sowohl WM-Teilnehmer Island als auch Rumänien mit 2-0 und 3-2 und wurde zum ersten Mal überhaupt Gruppenerster. Dazu holte Armenien gegen den Vize-Weltmeister Kroatien in einem Freundschaftsspiel ein 1-1-Unentschieden raus und die Hoffnung auf der ersten WM-Teilnahme steigen. Leider wurde am Ende nichts draus und man wurde immerhin Vierter. Platz 42, Litauen Dass auch dieses Land eine ehemalige Sowjetrepublik war und seit 1990 unabhängig wurde, das muss ich jetzt nicht zu jedem osteuropäischen Staat sagen. Genauso auch die Republik Estland spielte Litauen Anfang der 1920er Jahre ihre allerersten Länderspiele und wurde 1940 von der Sowjetunion besetzt. Bevor aber die litauische Fußballnationalmannschaft in der sowjetischen Nationalmannschaft eingegliedert wurde, nahm das Land 1924 bei den Olympischen Spielen in der Disziplin Männerfußball teil. Da aber die Olympiade 1924 und auch 1928 mit Profispielern gespielt wurde, gilt die Olympischen Spiele 1924 und 1928 als Weltfußballturniere. Genau auch bei diesem Turnier hat auch die Fußballauswahl von Litauen teilgenommen, jedoch aber erfolglos. Man verlor gleich das erste Spiel gegen die Schweiz 0 zu 9 und zwei Tage später erlitt Litauen gegen Ägypten eine 0 zu 10 Rekordpleite. Die Olympischen Spiele 1924 in Frankreich war das einzige Weltfußballturnier mit litauischer Beteiligung. Das einzige Turnier, wo das Land regelmäßig teilnimmt, ist bei den baltischen Pokalturnieren für Staaten auf dem Baltikum, wie zum Beispiel Estland, Lettland und auch Litauen. Bei diesem Freundschaftsturnier ist Litauen mit 10 Titeln das zweiterfolgreichste Team im Wettbewerb. Platz 41 Georgien Die Republik Georgien ist ein Land in Kaukasus, das größtenteils in Asien, aber auch in Europa liegt. Der georgische Fußballverband wurde 1992 sowohl Mitglied bei der UEFA als auch bei der FIFA, wodurch Georgien offizielle Pflichtspiele bestreiten durfte. Die ersten davon absolvierte das Land im September 1949, die man aber 0 zu 1 gegen Moldawien verlor. Georgien war Teil der Qualifikation für die Europameisterschaft 1996 in England. Georgien legte dort direkt los und wurde vor Moldawien, vor Wales und vor Albanien Gruppen Dritter. Bei der Qualifikation für die WM 1998 in Frankreich war Georgien ähnlich erfolgreich und belegte mit 10 Punkten den 4. Platz punktgleich mit Polen. Georgien sorgte zwar immer wieder für einige Überraschungen, aber ernsthaft für eine WM oder EM qualifizieren konnten, konnten sie sich bisher noch nicht. Im Juni 2016 besiegte Georgien den zweimaligen amtierenden Europameister und Weltmeister von 2010 Spanien mit 1 zu 0. Einer der peinlichsten Niederlagen in der Geschichte Spaniens. Wo Georgien auch Geschichte geschrieben hat, war in der 2018 neu geschaffenen UEFA Nations League. Dort absolvierte das Land nicht nur zusammen mit Kasachstan das allererste Spiel des Turniers, sondern erzielten auch das allererste Tor. Auch waren sie das erste Team, das in der Nations League aufsteigen konnte. Als Gruppenerste in der Nations League D konnte Georgien zusammen mit drei weiteren Ländern in den Nations League Playoffs um die Teilnahme an der Euro 2020 erkämpfen. Georgien kam zwar bis ins Finale, schaltet aber dann an Nordmazedonien mit 0 zu 1. So, das waren die Plätze 60 bis 41. Welches Land hättet ihr deutlich höher gerankt, welches nicht? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und wir sehen uns bei dem nächsten zweiten Teil wieder. Das war's im Video, bis zum nächsten Mal und ciao.